Unsere Bauern auf der Suche nach der grossen Liebe. Einer davon ist Christian aus dem Kanton Graubünden. Ich bin Christian, ich bin 34 und suche auf dem Weg eine liebe, tolle Frau. Christian hat den Hof vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen und ihn sehr stark modernisiert. Den Betrieb habe ich 2014 gebaut und per Zona 4 mit rund 48 Hektar an Land. Mein Betrieb ist ein Mutterkuhbetrieb, das sind Kühe eigentlich, nur Kühe. Als Freude und als Hobby habe ich noch meine Katze und vier Hühner, damit ich meine eigenen Eier habe. Das Schöne am Bauer sein ist, dass man die eigene Chefin ist, dass man sich ein bisschen selber einteilen kann, die Verantwortung selber hat. Wenn man einen Scheisstreck baut, dann hat man halt selber einen Scheisstreck gemacht. Aber im Gegenteil, beim Erfolg hat man halt doppelt gefreut, weil es das eigene Zeug ist. Und das ist das Schöne am Bauern selbstständig zu sein. Ja, die Tiere fühlen sich da sehr wohl, das merkt man ihnen an und sind zutraulich. Und ja, man hat eigentlich eine enge Verbindung mit dem Stück. Im Sommer gehen hier alle Kühe restlos auf die Alp. Im Sommer ist hier stallleer. Es wäre mal schön im Sommer eine Wanderung hoch machen, zu den Tieren schauen und die Zeit so ein bisschen gemeinsam verbringen. Das muss auch sein, oder? Sonst komme ich alleine und wenn eine Frau mitkommt, dann ist sie halt doppelt so schön. Mit modernen Maschinen hat er sich seinen Arbeitsalltag deutlich erleichtert. Ja, ich mache die Maschinen eigentlich sehr gerne. Ich arbeite gerne mit den Maschinen, mit der modernen Technik. Und ja, ich habe Spass daran und ich habe eigentlich nur neue Kehren, oder? Mir stehen schon keine alten Köpeln umeinander. Ja, ich bin fasziniert von der modernen Technik und arbeite wirklich gerne mit dem. Und meine Hauptaufgabe im Winter ist klarer Stall, oder? Das muss einfach sein. Und zwischendrin habe ich relativ spatzig, zwischen morgen und abends. Und dort mache ich einfach Schneeräumung noch etwas. Für Private da oder Camping da oben, gehe ich ohne Schnee räumen. Die Abwechslung macht es spannend, oder? Du kannst nicht nur auf einer Seite steuern durch. Und ja, Abwechslung macht das Leben süss. Wichtig ist mir bei einer Frau, dass sie zu mir steht. Und ob sie jetzt arbeiten geht, nebenbei oder voll da auf der Landwirtschaft ist, das ist dahingestellt, oder? Ich bin offen für beides. Klar hat man Freude, wenn eine Frau ein bisschen Interesse hat an der Landwirtschaft, aber es ist kein Muss. Christians malerischer Hof ist von Skipisten umgeben. Ja, ich bin in diesem Ort aufgewachsen. Ich war eigentlich seit eineinhalb Jahren schon das erste Mal auf dem Ski. Und von klein auf eigentlich bin ich am Ski zu fahren. Ich gehe relativ spontan mal Ski fahren, wenn das Wetter passt, wenn ich Lust habe, die Temperaturen passen. Und dann gehe ich. Es wäre sicher schön, mal an so einem Tag Skifahren zu gehen. Mit einer Frau, ja. Ja, in diesem Tal haben wir eigentlich viel zu bieten. Es ist eine Touristenregion. Also wenn eine Frau gerne etwas hat, wo etwas läuft, dann ist sie da sicher auch am richtigen Platz. Sommer wie Winter. Hauptsächlich Winter ist mit Skifahren. Sommer ist mehr Wandern, Mountainbike. Und ich bin eigentlich für viele offen. Wenn sie mal eine Biketour machen will oder einmal wandern gehen, dann sage ich nicht nein. Christian war bereits einmal verheiratet und hat Kinder aus dieser Beziehung. Ja, vom Typ her bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen alles ein bisschen, oder? Mal, ich kann durchaus, mal bei einem wüsten Tag, kann ich auch auf der Kutsche sitzen und ein bisschen Fernsehen schauen, kuscheln. Aber auch wenn es mal schön im Wetter ist, dann kann man es auch mal krachen lassen, ja. Ja, es gibt schon Momente, wo man sich einsam fühlt und ein Partner empfiehlt, auch so am Abend, wenn man müde nach Hause kommt und... Ja, man könnte gerne vielleicht am Abend ein bisschen kuscheln und gemütlich, noch zusammen ausspannen, allein stehen, halt schon nicht das Gleiche. Eine Frau muss von mir sympathisch sein, es muss bei mir Klick machen, aber auch ganz eine Liebe muss sie sein mit mir. In einer Partnerschaft ist mir eigentlich beides wichtig. Einmal in der Zeit zusammen verbringen, eine gewisse Sachen, die beide gerne machen, dass man das zusammen machen kann, aber auch wieder machen lassen, oder? Was man machen muss, muss man machen. Und das ist zu akzeptieren, von beiden Seiten. Ich würde jetzt gerne eine neue Partnerin kennenlernen und mal schauen, was sich daraus entwickelt, und ja, dass man dann irgendwann zusammenzieht und auch leben kann und einen schönen Neuanfang machen würde. Christian sucht dich. So ein paar Minuten, summa ich mir mal. Naja das, ob ich mich Moment nicht mehr verankommt, dass du eine gute Kostrom in der Zeit und weil man vielleicht zuerst noch nicht im Denise. der Ich Illich hab. Oh, das war wirklich nicht. Ich bin bei mir. Ich bin ein paar Minuten,